So, Freunde der guten Unterhaltung, da sind wir wieder zurück bei Resident Evil Zero. Ich hatte ja nichts mehr gefunden. Das lag daran, dass diese Tasche natürlich hier vergessen wurde von gewissen Personen. Ich kann die jetzt nicht tragen. Warum kann ich die nicht tragen, weil ich hier fette Sachen habe. Müssen wir eben was ablegen. Ich hoffe, das verschwindet jetzt nicht. Verwenden. Kombinieren. Und der muss da auch noch rein. So, und dann nehme ich natürlich die Waffe wieder mit. Das ist ja wohl klar. Aber die hat sich jetzt hier festgepackt anscheinend. Doch, nehmt, keine Ahnung mitnehmen. Gott sei Dank. So, dann gehen wir schon mal wieder rein, weil das ist mir einfach zu laut hier, Freunde. Ich werde auch immer von mir selber aufgehalten. Ich schmeiße die Tasche dahin und weiß nicht mehr, dass die da war. Denn dort kann man ja die Ringe dort hineinpacken. Und dann ist sie ja natürlich auf, logischerweise. Und was haben wir denn da drin? Was ist das denn? Ah, gucke mal. Jimmy Lewis sind wir jetzt. Und wir können jetzt irgendwelche Türen öffnen. Gut, 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 gut. Das gefällt mir natürlich. Jetzt müssen wir noch natürlich auch wieder zurück. Natürlich, natürlich. Natürlich. Auf, auf, meine Freunde. Auf, auf. Also, hier. Durch die Türen mal wieder. Das ist nämlich der Türen-Simulator 3000. Hier. Immer Türen, Türen, Türen. Aber so war das damals bei Resident Evil. Ich glaube, so weit habe ich schon gar nicht mehr gespielt gehabt früher. Ich war ein ziemlich dummer Junge. Das merkt man heutzutage auch noch. So richtig, so wie er. Er hat auch richtig Bock. Das sieht man. Er genießt seine Zugfahrt. So. Wir müssen ja schon fast angekommen sein hier am Ende. Hallo. Was soll sowas denn? Er steht immer noch nicht wieder auf. Gut, dann können wir jetzt hier die Karte benutzen. Jawohl. Und dann steht er bestimmt auf. Nicht. Dann nicht. Bestimmt, wenn wir zurück... Oh, da ist noch jemand. Das ist Delta Team. Das ist Delta Team. Wir haben kontrolliert den Karten. Over. Entstanden. Das macht keinen Sinn. Wie war das T-Virus? Und warum hat es entamiert both das Lab und die Mansion und ein Karten fast drei Kilometer entfernt? Das ist irrelevant. Wir müssen sicher, dass kein Wissen von diesem rauskommt. Destroy den Karten. Completely. Gut, dass uns sowas nicht passiert. Diesen Weg. Roger. Okay. Zu gefährlich. Die möchten nicht alleine. Das beherzt sich natürlich. Vielleicht liegt das daran, dass man nicht mehr zurückkommt. Ich weiß es nicht. Hallo. Was ist denn hier? Hier ist nichts. Der Motor ist völlig zerstört. Er kann nicht repariert werden. Das wollen wir auch nicht. Wir sind ja keine, äh, Mechaniker. Bremsen-Bedienungsanleitung. Verwendung der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremse erfolgt in drei Schritten. Schritt 1. Steuerung aktivieren. Die Steuerung befindet sich an folgenden Orten. Fahrerkabine im ersten Wagen. Hinteres Deck von Waggon 5. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in Gerät Waggon 5 gesteckt. Muss ich mir das merken? Weißt du es auch noch? Ich muss ich mir das merken. Wann hole ich jetzt mein Handy? Geben sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrkabine eingegeben werden. Okay. Fahrkabine, Sperre... Okay. Keine Ahnung, Freunde. Wer bleibt zurück? Die Rebecca bleibt zurück, denn... Ich liebe dich. Wie, das geht jetzt noch... Zeit, das ist doch so alles lächerlich hier. Oh nee, jetzt geht es noch Zeit. Zeit hassen wir ja. So, ja gut. Hilft ja nichts. Hilft ja nichts, wir müssen... Was soll denn das schon wieder? Also wirklich. Hier habe ich jetzt keine Munition mehr. Ich habe doch gerade Pistolen-Munition aufgenommen. Oder gut. Hä? Hat sie das jetzt aufgenommen? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Die sind erledigt. Ich habe da gerade kurz Pistolen-Munition aufgenommen. Hä? Gut, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hier. Ob ich jetzt... Der ist auch weg. War das hier? Oder wie? Keine Ahnung. Jetzt stehen hier natürlich alle auf, wie hier die ganzen Kollegen. Also ich muss den PIN-Code eingeben, aber ich habe keine Ahnung. Wie ist denn der PIN-Code? Das schon... Ach du Heiliger. Das stand da jetzt ja nicht. Danach. Habe ich jetzt keine Munition mehr, oder was? Der lädt auch nicht nach. Keine Ahnung, was es soll. Machen wir dem so. Gut, der bleibt natürlich trotzdem liegen. Ich weiß immer noch nicht, wo die Steuerung ist. Meinen die das Ganze am Ende? Wieso lädt der nicht nach? Manometer, Freunde. Hier geht's ab. So, einen Schuss habe ich nur noch. Und den schieße ich dir in den Rücken. So. Jetzt ist alles vorbei. Messer habe ich auch nicht mehr. Das habe ich der... Rebecca heißt sie jetzt, glaube ich. Tja, hätte ich... Hätte ich, Mann, besser aufgepasst. Aber ich wusste jetzt auch nicht, dass es nach Zeit geht. Ich glaube, das schaffen wir auch schon gar nicht mehr. Weil ich den PIN-Code ja auch gar nicht weiß, ne? So, jetzt gehen wir schon mal hier auf die Karte. Verwenden die schon mal. Hiermit bedienen sie die Bremsen. Tja, Freunde. Wie ist der Code? Äh, habe ich ein Journal irgendwie? Äh, ich kann nicht irgendwie was nachgucken, oder? Hallo. Ne. Oder muss ich hier auf 81 kommen? Okay, das kann auch sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das ist ein Problem. Nein. Ja, schon vorbei. You are dead. Nein. Scheibenkleister. Jetzt lädt er noch mal von ganz hier vorne. Hätten wir mal zwischendurch gespeichert. Aber das schneide ich natürlich raus. Das gibt natürlich jetzt, äh, ne? Nein.